Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Nioh 2 Remastered. Es ist hier sehr feucht. Irgendwie sah das aus, ob es hier reingeht. Wir müssen eigentlich, wir waren jetzt hier unten, wollen jetzt mal durch das Dach fallen. Ach, der ist einfach wieder hochgekrabbelt. Ja, um auf zu... Geht doch. So, jetzt gehen wir hier rein. Oh, oh. So. So, das haben wir auf. Das ist über ein Loop. Äh, war hier nicht irgendwo ein Godama eigentlich? Toll, man hätte auch hinten reingekonnt. Ach. War hier nicht ein Godama drin? Wo habe ich denn das letzte Mal nur da mal gesehen? Hier drin. Komm ich denn da rein? Wo soll ich da den Außenweg gehen? Oh, ich fahre jetzt nicht ins Wasser. Okay, hier ist einer. Warum immer? Ach so. Hier kommen wir aber nicht weiter. Hm. Hätte gar nicht diesen ganzen Weg gehen müssen. Äh. Ich muss in diese alte Bruchbude reinkommen. Was wäre laubert denn hier? Töke guckt alles an. Los mit dir! Bist du du! Oh Gott, ey. Das waren da eh kaputt. Musik hör auf, hier ist nichts mehr. Ist da noch jemand da? Da oben. Ah, kann ich rein? Kann ich ja rein? Ne. Kann ich denn da rein? Und hier irgendwo hochkletter? Was ist denn hier nur los? Ich weiß nicht, wo ich schlagen soll. Ja, die machen doch bestimmt nicht auf. Oh, es geht doch auf. Oh! Da ist einer am Keucheln. Hä? Hä? Och, nee. Wie kommen wir jetzt da hoch? Springen ist ja nicht. Oh! Was ist denn hier? Kann das sein, dass man dann hier links lang muss, um zu dem Godama zu kommen? Was ist denn hier? Hm. Was ist denn hier? Ich bin hier. Oh! 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 Komm. Oh! 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 Komm! Was ist denn du? Ich habe es geahnt. Ich habe nur gedacht, da liegt doch was. Und gestorben. Wie ich sie vermisst habe. Hä, was ist das? Ich habe doch einen Lebensschutz drin. Ah, du bist aber nervig. Hey, ich habe ihn wieder hoch. Wo? Ist doch gar keiner. So, das war jetzt eine Waldreise. Ach, ich bin doch doof. Wie habe ich das jetzt gemacht? Was ist das? 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 Das war's für mich. Ah, du auch noch. Oh, die kommen von oben oder was? Hier oben macht einer den... Oh, die kommen. Oh, die kommen. Was ist denn hier nur? Über mir oder unter mir? Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, na super. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, jetzt haben wir hier. Nix. So. Uh, dann gehen wir sie mal hoch. Irgendwo muss ja hier der Kodama sein. Oko ist ja mal reingekommen. Oh, so habe ich meine Kodamas gern. Oh, man. Wann ist so doof? Hm. Keine Weile drin. Ah, wir sind jetzt hier. Ach, da wären wir sowieso nicht rübergekommen. Da unten ist eine Miez. Ach, man kann da runterklettern. Da unten ist das, was wir neuempressen. Wir haben da runterko хороший, was wir schauen. Wann, wir haben jetzt hier. Wir wollen hier, wo wir kommen. Da unten ist der Kodama. Wir haben da unten. Verhaltlich wollen Russen, wir wollen, und wir wollen ja, Wir wollen das, das ist ja immer noch auch sehr. Wir wollen uns nicht auf die Kodama. Wir wollen das. Wir wollen die Kodama. Wir wollen die Kodama. Wir wollen die Kodama. Wir wollen die Kodamasne. Wir wollen die Kodama. Wir wollen die Kodama. Ha, ich bin ein einäugiger Gewichttöter. Wir werden aber nicht das machen. Oh nein, bevor wir dich mitnehmen, hier habe ich was vergessen. Okay, das müssen wir jetzt ausnutzen, solange die alle weg sind. Okay, es geht nur drüben hoch. Hier muss man eigentlich rauskönnen, irgendwie. Ach, hier ist das. Ist es hier? Ja. So, dann holen wir uns jetzt mal unsere kleine Mietz und dann gehen wir da mal über die Brücke und gucken, was so passiert. Komm mit. So. Wartest du jetzt schon oben auf mich? Ja. Sehr gute Mietz. Komm, wir nehmen Empora Dragon mal mit. Wir haben unsere Mietz war hart und hatte nicht viel dabei. Und wir haben unsere Mietz ein bisschen verschwindet. Oh. Und wir haben unsere Mietz ein bisschen verschwindet. Ja. Genau. Ja. 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 Oh, ne, da kommt man nicht hin. Oh, da ist unser Kodama. Ach, so. Da vorne... Irgendjemand latscht da oben rum und nervt. Wer ist hier drin? Ach, nicht so einer. Ach, fastsamer. Jetzt kann man die Temperaturen schlägt. Oh, das geht. Die liegt immer noch. Mann, Mann, Mann. Und warum sind hier keine Pfeile oder so drin? Normalerweise ist das so. Schade, er lebt noch. Schade. Nee, da komme ich irgendwie nicht. Komme ich da irgendwie hin? Nee, da muss ich außen rum. Irgendwas, Leute, ich rufe nur nervt, du bist. So habe ich es auch ganz gern, meine kleinen Kudama-Freunde. Dass sie einfach so da sind. Ach, der rennt da gegen die Wand? Wir essen mal ein paar kleine Geistersteine. Ja, reicht. Okay. Okay. Geht gleich mit dir. Oh. Oh. möglich komm mit mir mit das war jetzt aber gemein krass und wieso ist hier eigentlich nichts mehr zum speichern irgendwie stellen sie sich erstmal zu unserem Kumpel der nicht unser Kumpel ist vielen Dank dass ihr dabei gewesen seid wir gucken mal ob wir irgendwie aus dem Regen rauskommen aber ich vermute es nicht so richtig habt einen schönen Start in den Tag bleibt gesund und bis morgen und tschüss und tschüss